hallo und herzlich willkommen zu einem neuen orakel auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute gibt es ein orakel zu einem dfb pokal spiel osnabrück gegen leipzig ja und als gast habe ich mir hier kolle geholt der spielt leipzig und ich spiele osnabrück ja also ich denke mal dass leipzig das spiel gewinnen wird im real life dann würde ich mal sagen 1 1 2 3 was sagst du aus der brücke führt 1 zu 0 ja wohl das denn jetzt ja ihr könnt ihr wie immer eure tipps in die kommentare schreiben das wäre nice und das montagsspiel ist ja klar das ist cottbus gegen bayern mal schauen vielleicht spiele ich das auch mit kolle oder vielleicht mit julian wenn er noch lust hat der ist auch noch hier im discord kann ja auch mal sagen was er tippt der spiel osnabrück leipzig was macht denn da ich nehme jetzt leipzig auseinander mit osnabrück ja wir sind noch alle hier im discord weil wir ja gestreamt hatten also ich habe gestreamt gestern deswegen sind wir noch alle hier drin kolle hat sich bereit erklärt hier mit zu spielen ok mein controller macht nichts mehr mit sehr schön jetzt geht es wieder 20 ich nehme leipzig auseinander mann ach golle du bist meine wenn wir von vorne aufnehmen nein da wird skywalker sich jetzt irgendwie in die hose machen hey auch nicht schon wieder erinnert mir bei mir geht immer das kabel aus dem controller raus brauche ich ein neues kabel oder ich brauche einen neuen anderen controller ich habe glaube ich treib mal mein ladekampf und controller zerstört ey komm 30 was ist denn los es gibt ein legendäres orakel hier egal ich kann mich an den orakel erinnern dass sie auch 30 geführt und hab ich noch 33 geschafft ja das stimmt ich glaube sogar mit leipzig das war glaube ich bei einem leipzig oder da ja 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 was ist denn das hier? wir können keinen einzigen pass spielen also könnte leipzig von mir auch in der nächste saison der bundesliga spielen he he also gestern also ragel war ja nicht so toll hatte ich eigentlich getippt für mainz und lautern hat gewonnen das war ja natürlich wieder ja 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 ich ja ja okay ja 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 Ah. da ist ja mal das 31 das wäre auch ein bisschen zu hart gewesen wenn ich jetzt zu hoch gewonnen ach schott frosberg so halbzeit 31 fisch wird aus der bricht und jetzt geht es erst mal die halbzeit bis gleich so da sind wir wieder zur zweiten halbzeit ich habe einen spiel habe ich gewechselt und zwar den innenverteidiger jetzt seht ihr den kann nicht konrad habe ich reingemacht und roller hat auch gewechselt zweimal glaube ich ob das was gebracht hat jawohl heiler mein kabel das nervt mich ich brauche jetzt kein ersatzkabel hier blöd war nein 4 2 jawohl wenn wir das hochspiel ausgehen wird er hoch aber glaube ich eh nicht und weiter geht's kommt kohle noch mal zurück mit seinem leipzig oder nicht meinem leib was wenn ich leipzig finde ich meine jetzt im spiel ich weiß dass du kein leipzig fern bist auch scheiße er hat kein ziel wasser getrunken das ist gut holzen der doch gut und gerne reingehen wird Jetzt der Bericht. Ach egal, ich führe ja 4 zu 2. Eigentlich wollten wir ja Chemnitz gegen HSV aufnehmen, aber leider war ja Chemnitz nicht in FIFA drin, also ja, in diesem FIFA. Ah, jetzt geht man, oh, mein Controller spielt auf. Ich klebe den gleich fest, das Kabel. Für mich hat er noch 2 Handicap, wird trotzdem. Zum einen muss er mit einem 2-Digest spielen, zum anderen... Ja. Jetzt wird er trotzdem noch 2, ey. Ich hab's Handicap, ich hab keine Fans dabei. 5-2. Ja, FIFA meint sich noch gut mit RB. Noch 7 Spielminuten... Ja. 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 Moment ja. Eicki. Ja. gleich haben wir es ja somit habe ich gewonnen so wird es ja nicht im real life ausgehen 5 zu 2 ja denkt dran eure tipps in die kommentare zu schreiben und bis zum nächsten orakel und auf wiedersehen bis zum nächsten Mal